Was ich gerne machen würde, ist hier unten eine Stadt einnehmen. Guck mal, dass alles volle Spannung steht und wenn wir hier nochmal eine englische Stadt haben von uns, so ne, die es dann immer befördern lässt, ist das doch top. Gerade weil wir hier unten recht häufig verweilen werden, denke ich mal. Würde ich sagen, da unten habe ich eine Piraten-Siegelung gesehen, da gehen wir schnell hin. 122 Mann haben wir bisher. 25 Mann ist ein bisschen wenig. Kartenstück, nächster Schatz. Wieder hier, okay. Durchfällt's. Ich habe aber gar nicht geguckt, ob das nur ein östliches oder was das war. Den Kapitän reden, was will er noch immer von uns? Ah, guck mal. Komm, drin, dran, nehmen wir vielleicht einen. Wenn die nämlich angegriffen werden, werden die nämlich gut geschwächt auch. Nichtsdestotrotz müssen wir hier nochmal den Schatz holen. Da, da ist der Durchfels. Auch nicht lange, bis wir den finden, glaube ich. Da oben, lol. Ich hatte das schwere in Erinnerung. 500 Goldstücke, sehr schön. Äh, arme spanische Festung. Die kriegen wir doch eingenommen, oder was? Ah, easy. Da beginnen wir nicht. Diesmal hier links. Ah, das mit den Steinen ist scheiße. Ah, ich wollte noch, ich wollte wieder zurück wechseln. Egal. Sneaky Wicky, äh, durch den Wald, würde ich sagen. Ach ja, im Wald kann man auch immer nur einen Schritt machen. Und auch ab in den Wald rein. Was schön nach vorne preschen mit den Jungs. Dann können wir mit denen da so rein. Den hier. Kommen wir da über die Flanke. Verstecken wir schön hier hinter. So weit nach rechts wollte ich gar nicht, aber okay. Okay, die müssen wir jetzt ein bisschen locken, glaube ich. Die beschießen wir schon mal. Und dann sollen sie doch herkommen, würde ich sagen. Schade, ich habe gedacht, wir können mit denen dann schon einmal angreifen, zumindestens. Hm, das weiß ich gar nicht genau, dass ich denn jetzt einen Schritt aus hier überspringen möchte. Naja, wir können ja unnötigen Move einfach machen. Das kriegen wir ja hin, unnötige Moves. Würde ich von hier denn versuchen zu schießen? Auch auf die natürlich. Damit sind sie auch schon fast weg. Wie schaffen wir ja safe. Aber jetzt können wir nämlich hier raus und direkt angreifen. Das war nicht ganz gut, dass wir so gewartet haben. Und... Ja, an dich würde ich jetzt gerne auf die gehen, damit die weg sind. Äh, das machen wir auch. Aber ja, nicht mit denen. Das können wir ja auch mit denen machen. Da fielen wir ja dran. Ich glaube, sie sollten sie sogar schaffen. Haben sie auch geschafft. Nee, haben sie nicht geschafft. Oha. Ähm. Ja, aber jetzt nochmal einen Schuss dafür, die Opfern. Ungerne. Nee, das machen wir auch nicht. Machen das so. Kommt die nämlich hier raus. Hopp. Wollte schon sagen, war schlau jetzt. Ähm. Dann. Greifen die. Nicht die an. Greifen trotzdem die hier an. Wo nur noch dieser eine steht. Damit der auf jeden Fall weg ist. Weiß gar nicht, ob ihr noch an der Schlachtziele teilnehmen könnt. Bin ich ehrlich. Hier greifen nämlich jetzt die an. Haben die hier unten noch einmal frei? Bin ich mir unsicher gerade. Ja doch. Guck mal. Können sich noch einmal bewegen. Aber werden da nicht ganz hinkommen. Bisher noch keine einzige Truppe äh, verloren. Gut. Ich weiß nicht, ob die die Truppe jetzt schaffen würden. Äh. Die machen aber die weg. Sollten sie auch easy schaffen. Dann würde ich jetzt gerne den daran und hoffen, dass wir die noch durch Schüsse wegbekommen. Noch einmal so wechseln. Auch auf die gehen. Schaffen wir glaube ich nicht. Das schaffen wir glaube ich nicht. Äh. Ja, ihr sollt die angreifen. Sollten sie auch glaube ich trotzdem jetzt schaffen. Auch wenn sie nicht so viele sind. Äh, ja. Kommt ihr bis zu denen? Ja, sehr schön. Könnte jetzt sogar noch lang. Bis die Runde noch fertig werden. Ja. Oder? Jawohl. Schön. Das war gut. Das war sehr schön. Ich muss wieder zurücknehmen. Tausend Goldstücke gemacht. Ähm. An einem englischen Lord natürlich wieder. Der wird uns jetzt hundertprozentig befördern. invade copied. Natürlich ist er zufrieden mit uns. Was sind wir jetzt? Corona nenne ich euch hiermit. Feier dich zum Major Major. Darüber hinaus schenke ich euch ein Anwesen von 500 Morgenland am Rande der Stadt. Ah, ja. Aber wir sind noch zu jung. Das sieht so nach einer gehobenen Dame auf. Wir brauchen da so ein, ne? Wir brauchen da eine andere. Da sind wir noch zu jung für. Das ist für später vielleicht noch mal eine. Schnell weg hier. Tschüss mit Us. Das machen wir nicht. Haben wir überhaupt noch eine Aufgabe jetzt? Nö. Toll. Äh. Ja, was machen wir jetzt? Garita? Schöne Margarita jetzt. Masha'Allah. Nein. Äh. Da könnten wir nicht zu den. Aber das. Da könnten wir mal hin. Gucken, was das für ein Ort ist. Wohlhabender englischer Handelsposten. Okay. Hört sich doch gut an. Ich bin Gouverneurin. Mal gucken, wie sieht denn seine Dame aus. Wir bringen uns auch dann... Das ist doch die gleiche wie gerade eben. Schnell weg hier. Oh, noch ein Kartenstück. Wo diesmal? Auch wieder ein Trindert. Mhm. So lange dann wird's langweilig. Weiß ich sogar genau jetzt schon, wo das ist. Das meine ich. Man bleibt oft dann immer nur an einem Ort. Das stört mich hier manchmal. Äh. Brauchen wir tatsächlich nichts weiter. Können wir schnell runter eigentlich nur. Margarita. Vielen Dank.